ja nur lieben das haben schon mal ein paar drei berufs und genau psychologe und so weiter da nerv 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 aber nur ist keiner verpasst super ungewöhnliches buch sag ich euch gleich stellen wir noch mal extra vor und genau überall erhältlich wo es schokolade gibt nein ja heute geht es mal zum thema inneres team also da ich mich in letzter zeit sehr viel mit befasst ist ja von schulz von thun werden alle die hamburger psychologen müssen aber gut auch in ganz deutschland sehr bekannt natürlich und ja ein modell wie man halt mit inneren anteilen arbeiten kann was ich höchst spannend finde was ich auch mal ein bisschen darstellen werde wo ich euch auch bitten würde wenn ihr da mehr zu haben wollt kommentiert gerne mal drunter like das video abonniert meinen kanal hinterlasst vielleicht auch eine kanal mitgliedschaft wenn ihr sagt mensch der hemmschemeier immer so viel umsonst content möchte ich gerne unterstützen sehr gerne genau also es ist modell und es ist im gegensatz zu ist jetzt kein besser oder schlechter aber im gegensatz zu anderen modellen ist es ein sehr freies modell und es ist nicht so vorgegeben also es ist jetzt nicht so es gibt genau die und die inneren instanzen und die guckt man sich an das ist jetzt nicht über ich ich es oder irgendwie sowas oder bei jung selbst unbewusstes blablabla kollektives nein es ist ein sehr freies modell das man für sich identifizieren kann was habe ich hier gerade für anteile und man kann müssen überlegen welcher altersstufe gehören die wohl an und welche funktionen könnten die meiner psyche spielen und da gibt es also wenig theorie unten drunter was das so sehr frei macht und auch sehr spielerisch man kann natürlich dann diese anteil bekommen dann kommen gleich mal zu so einem beispiel man kann natürlich diese anteile auch stellen oder aufstellen wie gesagt das muss ich mit können müsse ich dann in weiteren videos mal müssen erläutern wenn mich das interessiert man kann da die äußere bühne bearbeiten man kann so eine fantasie arbeiten machen auf dieser inneren kinder arbeit man kann paar therapie machen mit den inneren kinder und den kindern sage ich schon inneren teams der beiden partner und wo ich heute darauf eingehen will dass es sehr spannende sicht auf innere kind anteile hat das ist jetzt nur eine andere sichtweise wie gesagt das ist jetzt wenn ich ein inneres kind interessiert dann schaue gerne meine freundin und kollegin steffi stein natürlich vorbei die unbestrittene meisterin was thema inneres kind angeht aber ich wollte das heute einfach mal zeigen wie es aus deren sicht ist die haben auch sehr starken konzept von innerem kind aber es gibt nicht so dass eine innere kind sondern man guckt sich das quasi an sein innenleben wie so eine eigene familie wo es auch viele viele innere kinder geben kann oder auch viele schattenkinder oder auch viele sonnenkinder also es gibt da viele möglichkeiten wie man das selber empfindet und zwischen diesen erwachsenen anteilen und zwischen diesen vor allen vor allen dingen verletzten innere kind anteilen gibt es noch eine ganz spannende schicht und die nennt sich so die wächter und das finde ich halt für unsere arbeit hochinteressant diese wächter anteile in meiner sprache sind die so ein bisschen ego anteile werdet ihr schnell feststellen und ich skizziert es einfach mal so ein bisschen ich warne euch gleich vor ich die machen immer so geile bilder diese inneren kind master psychologen ich kann das überhaupt nicht aber um es einfach mal ein bisschen deutlich zu machen blende ich jetzt auch mal hier mein ipad ein und wir gucken mal wie weit wir kommen würde ich sagen bitte um nachsicht aber ja kriegen wir schon hin ja also wir haben dann hier so eine person so und die hat verschiedene anteile und die kann eben oder wird viele so innere kind anteile haben machen jetzt mal hier 23 so da könnten wir zum beispiel haben ein ja verzweifeltes kind so oder wir könnten haben ein eingefrorenes kind oder wir könnten haben natürlich auch ein sagen wir mal ruhig sonnenkind also dann sagen wir mal ein andere wörter lustiges kind so es ist auf man macht auch immer für jede situation macht man ein eigenes bild also das eignet sich vor allen dingen für so bestimmte fragestellungen mit zum beispiel warum bin ich in beziehungen so und so warum verhalte ich mich da so ja da gibt es natürlich auch so erwachsene anteile wie gesagt ich halte mich mal jetzt nicht mit malen auf groß so könnte es hier zum beispiel einen nehmen wir mal an du hast auch kinder könnte es hier einen oder bei mir wäre es ein vater also sagen wir mal der gerechte vater oder sowas könnte ein anteil sein könnte auch verschiedene vater anteile geben vater dann könnte es hier einen anteil geben der leidenschaftliche sagen wir mal so you get the idea in welche richtung das so geht so und dann gibt es eben auch so was sie nennen wächter anteile die mal jetzt einfach mal ein bisschen anders hier würden die jetzt glaube ich nicht so malen aber egal so da könnte zum beispiel ein wächter anteil könnte sein der angepasste also in wächter also ja wie bilden sich die komme ich gleich mal zu ich sag mal zwei anteile der angepasste oder der rebell oder auch machen wir mal noch ein und so der sagen wir euch mal so der selbstverliebte oder so ne jetzt nicht narzisstisch schreiben ja so so ähm genau so und jetzt muss man sich das so vorstellen dass das entstehende in der kinder hat natürlich innere kinderanteile ist ja logisch ne die haben wir jetzt hier so und ähm wenn ich jetzt eine elternsituation habe wo eltern gar nicht präsent sind äh dann werden diese inneren kinder die haben sozusagen niemand der auf sie aufpasst irgendwie ne und dann bilden sich diese wächter anteile das sind also ja könnte es steffi stahl wenn das zum beispiel so schutzstrategien ich nenne es so ego strategien äh also so anteile die dafür sorgen sollen dass man nicht immer weiter verletzt wird ne zum beispiel ich bin immer lieb und nett bin immer lieb und nett oder ich bin erstmal gegen alles ne also lieb und nett wäre äh ist bei mir bei der co-abhängigkeit modus 1 ne liebessicher modus der rebell wäre könnte sowas sein wie co-abhängige bindungsangst bin erstmal immer gegen alles und selbstverliebte könnte so ein ja ich mag das wort ja nicht so aber narzisstischer modus sein ich drehe mich nur um mich selbst und versuche mich ständig hoch zu halten andere auf abstand zu halten immer der beste zu sein ähm warum um 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 diese inneren kind anteile zu schützen ne und das sind quasi so ersatz Anteile, weil es die Eltern, die Eltern eben nicht da waren und das Kind eigene Strukturen bilden musste, um sich zu verteidigen so. Und diese Strukturen bilden sich halt auch in der Kindheit, halt ein bisschen später als diese verletzten inneren Kindanteile. Aber sind auch letzten Endes auch Kind- oder Jugendlichenanteile, was vor allem heißt, dass sie sehr rigide sind. Sehr rigide, sehr starr und sehr laut häufig. Also laut im Sinne von auch sehr nach vorne häufig und sehr an der Vorderfront. Und man kann mit diesen Anteilen natürlich reden, das ist so Teil dieser inneren Kindarbeit. Aber die gehen nicht gern zur Seite. Warum? Weil die sagen, hey, das ist hier die letzte Verteidigungslinie. Früher war auch nie jemand da und so, ich gehe jetzt nicht einfach an die Seite. Die werden nur an die Seite gehen, wenn aus den Erwachsenenanteilen, wo es ja noch viel mehr geben würde, aber lassen wir es jetzt mal sozusagen Strukturen gebildet werden oder innere Eltern gebildet werden. Also mit einer Zuwendung zu den inneren Kindern, dass diese Teile sagen, na jetzt können wir uns vielleicht mal ein bisschen zurückziehen. Da hat der da oben, die haben das ja irgendwie im Griff so ein bisschen. Also gerechter Vater könnte jetzt sowohl ein echter Vater sein gegenüber echten eigenen Kindern, aber könnte auch eine Struktur sein, die sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um meine inneren Kinder. Und dann können diese vielleicht auch ein bisschen an die Seite gehen, aber die sind wirklich sehr laut, sehr starr. Und das ist auch häufig, was man zu sehen bekommt. Das ist in der EFD-Paartherapie, wenn das auch die sekundären Emotionen, während das hier die primären Emotionen sind. Das ist wieder eine andere Art, das zu benennen. Bei mir im Buch auch sind es Ego-Anteile, weil das auch häufig dann Strategien sind, die man so mit Ego übersetzen würde. Dann gibt es noch einen absoluten Clou. Ich finde, also da hat mich das Modell endgültig überzeugt. Und zwar gibt es im inneren Kind man könnte ja meinen, es gibt jetzt Erwachsenenanteile und Kindanteile, aber es gibt auch noch das Oberhaupt. So, und das Oberhaupt ist eine ganz spannende Funktion. Das ist eben kein Erwachseneranteil, sondern das ist eigentlich was ich immer sagen würde, das freie Bewusstsein. Das ist so dieser spirituelle Kern, den wir ja quasi haben. Und das Oberhaupt ist auch das Oberhaupt über all die Teile in dir. Also es ist quasi so der Boss, der liebevolle Boss, der das Ganze jetzt so regelt. Und viele Menschen, die halt sehr instabil sind, haben keinen Oberhaupt. Meine Kinder haben sowieso keinen Oberhaupt. Aber auch später im Erwachsenenalter, wenn man keinen Oberhaupt hat, dann spielen die alle Bullshit-Bingo, diese ganzen Anteile. Alles geht kreuz und quer, alle streiten sich ständig, ist Alarm. Und das macht nach außen dann dieses sehr instabile, diese instabile Wirkung, diese instabilen Charaktere. Und das ist halt super wichtig, so einen Oberhaupt erst mal zu identifizieren. Das ist also ein sehr weiser, liebevoller Anteil, der aber auch den anderen mal Bescheid sagen kann. Der mal sagen kann, hier du Rebell, das passt jetzt gerade nicht, geh mal in die Bar, geh mal chillen, trinke mal ein Bier. Hier müssen wir jetzt mal andere Anteile rankommen. Und viel, vor allen Dingen, also das kann man sowohl in Psychotherapie als auch Coaching nutzen, dieses Modell. Wenn man das in Coaching nutzt, wird ganz viel aus dem Oberhaupt gearbeitet. In der Psychotherapie, also die arbeiten auch viel mit Trauma, finde ich ganz spannend. Ja, versucht man natürlich, wie müsste ich man zukünftigen Videos erläutern, sich diesen inneren Kindanteilen zuzuwenden. Aber eigentlich geht es auch immer darum, die hier ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil die häufig dann später im Erwachsenenalter halt, wie man sich vorstellen kann, ein ganz eigenes Problem darstellen. Ja, also ein super cooles Modell und hoffe, dass ich diese Flexibilität in Ansätzen ein bisschen schildern konnte. Und ja, ich will jetzt hier kein Bild einblenden, wo vielleicht Rechte drauf sind, aber die man da ein bisschen malen kann, da malen die immer noch Zöpfe hier dran und was weiß ich. Und dann ist das auch super visuell und macht gleich so einen krassen visuell, also wie sagen wir so, das Bild spricht zu einem. Das fand ich auch sehr stark so. Also ist schon echt eine richtig coole, analoge Arbeit. Und ich finde, wie gesagt, diese diese Installation dieses Oberhaupts als Abgrenzung auch zu Erwachsenenanteilen, die Wächteranteile und die Innere-Kinderanteile ist einfach so ein cooles Modell. Werd mal schauen, wie ich das vielleicht noch integrieren kann, vielleicht auch in einen zukünftigen Kurs. Freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch auf einer Lesung. Also ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, wenn das Video rauskommt. Wir haben auf jeden Fall eine Lesung etabliert zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, in Leipzig, Jena und Berlin und arbeiten noch ziemlich verzweifelt an Köln, Hamburg und München. Es ist unfucking fassbar schwierig, geeignete Locations zu finden, die nicht entweder eine Million kosten oder die nicht zurückschreiben. Das ist das andere Problem. Wir sind, glaube ich, alle noch so im Corona-Schlaf-Modus. Anders können wir das nicht erklären. Also, falls du das Video jetzt hörst und dir irgendwie ein cooles Café gehört oder du kennst oder dein bester Buddy, dem gehört ein cooler Jazz-Club, wo er sagt, da könnten wir auch fein mal eine Lesung machen und so auf einer ziemlich einfachen Abwicklung beruht, dann schreibt uns gerne an Supported Bibelchip. Und wir sehen uns bald wieder oder kommentiert unter dem Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.